So, dann wären wir wieder zurück und weiter geht's. Auf der Suche nach Powerflower, genau. Die Blume der Kraft. Zack, zack und zack und zack. Los, frisst mein Papierfächer. Zack und zack und zack. Yeah. Frisst das und das und das und das auch noch. Jo, und ich hab Fleisch gefunden. Lecker. Und ihr gehen langsam die TP aus. Okay, das braucht sie eh nicht. Das sollte sie mal ein bisschen weniger machen. Okay. Dann mal weiter. Also hier war schon mal nichts. Da ist er! Ja. Harpier. Okay. Moment. Dann erlaube ich ihr doch wieder die Attacken. Also die hier. Da kann sie die Harpier fertig machen, während ich die anderen Viecher fertig mache. Los, mach sie fertig. Kamaitachi. Und bam und bam und bam. Frisst mein Papierfächer. Los, frisst das und das und das und das und das und ich hab keinen Bock. Oh! Das tat scheiße weh. Wie macht man blocken? Ach, so blockt man. Ah, stimmt ja, so blockt man. Hey, komm her! Und zack und wow, tut mir nicht weh. Ich mag Schmerzen nicht. Bam und bam. Und weißt du was? Machen wir es einfach. That's a crane! Boah, die kastet aber wirklich schnell. Und ja. Ton kackt wohl wieder etwas ab. Tot. Ich hätte es auch recht früher machen können. Level ab! Und nichts gelernt. Und ich krieg elf Gold. Von einem Boss. Also komm, die Motze sind echt nicht zum Geldverdienen da. Die sind wirklich nur zum Erfahrung sammeln. Nein, noch nicht. Ich will nur ein bisschen Geld sammeln. Ja, ja, ich weiß. Mit Quick Jump. So, wie viel haben wir? 491, boah! So. Laufen mal ein bisschen rum. La, 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 la. Laufen gegen den Zaun. La, 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 la. Juh, du, 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 du. Und wieder Geld. Ach, ist das schön, Geld zu kriegen. Und boah. Ja, la, la, la. Dann wird die so so. Ja. Äh, hallo? Yeah. Sie hat Kunai, äh, nicht Kunai, ist, äh, Schuriken. Yeah. Äh, äh, los, mach Kling. Mach Kling. Kling, kling, kling. Genau das wollte ich hören. Dann mach ich mir gleich wieder ein paar neue Jobs. Zack und Zack und Zack und. Äh, hallo? Ich sagte Zack. Bei Zack musst du sterben, verstehst du? Level up. Und ich leide immer noch nichts. Hat er wirklich nur den einen Art immer noch? Change finder Mann. Also ich hab zwar nichts gegen diese Fähigkeit. Die ist ja geil. Ich finde Geld mal eben so auf dem Boden. So, komm, einmal noch. Geld, 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 Geld. Jawohl. Und ein Kampf sogar noch. Und, ah. Ton. Was ist los mit dir, Spiel, heute? Das machst du mir sonst nie. Also doch schon, aber nicht so, nicht so krank. Und Zack. Und Zack. Wie viel krieg ich denn? Hallo, komm her. Komm her. Braves Hündchen. Braves Hündchen. 140 pro Kampf. Und er braucht fürs nächste Level. Ach komm, zwei Kämpfe kann ich machen. Ich will, dass er mal eine neue Attacke erlernt. Irgendwie sowas wie Itemfinder, wenn er schon Geld findet. So, okay. Von dem krieg ich nicht so viel. Zack. Und Aua. Böses Vieh. So. Gut. Jetzt irgendwie eine große Monstergruppe. Naja. Große Monstergruppe. Los. Erscheine. Sag mal, du Knight Rider. Kannst du mal mit deinen Freunden herkommen? Ich will mit deinen Freunden spielen. Nicht nur mit dir. Los. Bring mal deine Freunde mit. Bring deine Freunde her. Ich will sie auch töten. Ich meine mit ihnen spielen. Naja. Immerhin hat er seinen Bruder mitgebracht. Und sie hat wirklich gerade 0 TP. Sag mal, du übertreibst das echt mit deinen Attacken, Sui? So. Das war jetzt... Also einmal noch so eine Doppel Knight Rider Gruppe. Dann müsste es in Ordnung sein. Ach, jetzt kommt er wieder alleine. Hallo. Ich habe gesagt 2. Äh. Sui. Greif an. Nicht einfach nur da hinten stehen bleiben. Oh. Level ab schon. Jetzt habe ich nicht geguckt. Habe ich was erlernt? Ja. Ich habe was erlernt. Was? Ah, geil. Ich kann damit den Gegner dazu bringen, zu flüchten. Was bringt mir das den Gegner dazu bringen, zu flüchten? Ich will ja mit denen kämpfen. Okay. Elaine. Blablabla, ich verstehe es immer noch nicht. Aber ich habe 250 Gold. Yeah. Und noch was? Tanzschuhe. Für Sui. Ich denke mal, dass es sowas zum Kleidung machen, ne? So. Jep. Uns geht es gut. Wir gehen schlafen. Und sind fertig. So. Gucken wir mal. Items. So eine Routes wahrscheinlich, ne? Tanzschuhe. Wusste ich es doch. One size fits all. Ja. Cool. Ich kann eine Tänzerin jetzt aus hier machen. Probe ich mal aus. Ah. Dum, dum, dum. Weiblich habe ich. Ich habe keinen Narikiri weiblich. Diesmal kaufe ich den... Wow. Da sind eine Menge Sachen jetzt da. E-Spider. Ach so. Das ist Ninja. Earthspider heißt das. Äh. Ich will Narikiri kaufen. Und umwandeln. Narikiri. Äh. Ja. Genau. Mit den Tanzschuhen. Kostet 30 Gold. Finde ich gut. So. Und was kriegen wir da raus? Dancer. Yeah. Äh. Moment. Wollen wir das denn? Dancer da. Was kann sie denn? Mystery Dance und Poehammer. Wieso können alle Poehammer Magic Power ab? Hm. Komm, gebe ich hier noch ein Element. Und wir haben Erde, Wasser, Feuer. Wind haben wir auch noch irgendwo da nicht? Koch. Höh. Er hat auch da. Yadid. Wind. Travel. P. Tap Dancer. Water Balance. Fire Dance. Ich glaube sie hat noch... Sie hat... Mal sehen. Sie hat... Erde hat sie schon. Feuer hat sie schon. Ja komm, gebe ihr Wasser. Mache ich sie zur Wassertänzerin. Water. Ball. Ballerina oder was? Water Ballerina. Sie können nur Poehammer. Schade aber. Resist Heat hat sie nebenbei. Finde ich gut. Äh. Gut. Was kann ich noch machen? Was kann ich denn so kaufen? Außer... Ja. Ich habe noch genug Geld, ne? Ähm. Ich habe noch einen Narikiri. Was kann ich daraus machen? Nur den Koch. Moment. Ich kann was kaufen, ne? Bei dem Typen da hinten. Full Pocket. Hä? Was? Ja. Finde ich auch gut. Nichts. Soita. If they are five or four, they are six or four, they are six or four, they are six, they are six? Ja. Ich fand, das war ein gutes Gespräch. Ähm, Roots wollte ich jetzt kaufen. Was haben wir denn? Fashionmade. Ähm, Kunai. Alchemienoten. Stethoskop. Ah, genau. Stethoskop. Ich kann irgendwie ein Arzt werden oder was? Ein Lockpick? Das ist zum Dieb. Oh, Dieb klingt gut. Das will ich kaufen für mich. Ähm, tipptipptipp. So. Taylor. Narikiri. mit Dieb. Ich will zum Dieb werden. Nihihihi. Und zack. Yeah. Ich seh mal geil aus. Was kann ich? Lockpicking und Trap Evasion. Gut. Und jetzt geben wir dem Dieb noch ein Element. Mal überlegen. Er hat ein Wind. Er hat noch keine Erdwaffe. Er hat Element. Er hat Kleidung. So. Je, jetzt hat er ein goldenes Cape. Bandit bin ich jetzt. Resist Potion. Und sonst nichts Neues. Ja. Äh, Potion. Mann. Resist Poison. Ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Vielen Dank.